Zwei Jahre. Zwei Jahre YouTube-Videos. Zwei Jahre voller Höhen und Tiefen. Vieles hat sich verändert, aber vieles ist auch gleich geblieben. Auf vieles sind wir stolz. Doch jetzt wagen wir ein Update. Ein Update, was Appgefilm komplett verändern wird. Wir haben an den richtigen Stellen angesetzt, um das Angebot für dich um einiges zu erweitern. Das ist Appgefilm 2.0. Ein Update wie kein anderes. Wir stellen Appgefilm Blog vor. Appgefilm ist der Blog für junge Redakteure. Du findest aktuelle News, Reviews sowie exklusive Inhalte. Du reichst den Blog entweder über appgefilm.de oder über die App. Die App ist die ideale Erweiterung zur Website. Über diese kannst du in der Community agieren, sowie alle Reviews und News direkt auf deinem Handy lesen. Und nun viel Spaß mit Appgefilm 2.0.